Hallo, mein Name ist Steffi Weiser. Schön, dass du dich für den Tierschutz interessierst. Als Tierlieber Mensch ist der Zugang zum Tierschutz oft gar nicht so einfach. Es sticht einem ins Herz, Berichte über ausgesetzte oder gequälte Tiere zu sehen und man möchte endlich etwas tun. Doch was? Ich habe Tierlaut gegründet, um engagierten Menschen ein Forum zu bieten, wie jeder in seinem persönlichen Alltag Tierschutz betreiben kann. Tierlaut ist der Münchner Forum von tierlieben Menschen, die sich austauschen und für Tierrechte aktiv werden wollen, aber noch nicht genau wissen, wo oder wie. Uns ging es einmal genauso. Deshalb haben wir Tierlaut gegründet, um das Unrecht an Tieren transparent zu machen und ihnen unsere Stimmen zu geben. Tierlaut, wir machen uns für alle Tiere laut, indem wir laufend über bestehende Tierschutzorganisationen informieren, diese zum Teil unterstützen, aber auch eigene Aktionen planen. Wir suchen Menschen, die Tierschutz lernen, praktizieren und kommunizieren wollen. Menschen, die im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten Tierschutz betreiben möchten. Tierlaut, gib Tieren deine Stimme. Das ist mein Ziel. Wenn du dich angesprochen fühlst, freue ich mich, wenn du Kontakt aufnimmst. Dein Tierschutz beginnt jetzt. Wie ist denn sie in Tierschutz geladas? Wie ist denn sie in Tierschutz? Ich habe das Baume-Stimme. wie wir vier Leute, kom rasen und wandern millise mit mir. Die kouche, man sie zum saben,